Allmählich geht's Richtung Landtagswahl. Überall hängen Plakate, gibt es Veranstaltungen, Interviews und wissen Sie was, es macht mich überhaupt nicht an. Wenn ich das Spektakel sehe, das in Berlin läuft, dann kriege ich den Eindruck, die sind ja nur noch mit sich selbst beschäftigt. Die taubeln da von einer Regierungskrise in die nächste und die eigentliche Arbeit bleibt liegen. Wie kriegen wir die Mieten in den Griff? Wie machen wir Pflegeberufe attraktiv? Warum sagt keiner laut, wie gut wir es geschafft haben, eine Million Flüchtlinge aufzunehmen und zu versorgen? Stattdessen nahlen und merkeln sie seehoferisch an Personalfragen herum, Hauptsache Macht erhalten und Gesicht wahren. Aber mal langsam, es ist Landtagswahl. Es gibt Inhalte, für die die Parteien stehen. Und es gibt sehr wohl Politikerinnen und Politiker, die sich enorm reinhängen, damit es uns allen gut geht. Ich frage ganz einfach, wer setzt sich tatsächlich für Gerechtigkeit ein, für Frieden, bezahlbare Mieten, für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur, für Bildung, Pflege. Die wählen, die wirklich daran arbeiten, dass es uns und unseren Nächsten gut geht. Das ist es, was dran ist. Wer da nicht mitmacht, verpasst etwas. Wer da nicht mitmacht, verpasst etwas, was sie sind. Vielen Dank.